Willkommen und Abschied ist eines der Sesenheimer Lieder von Johann Wolfgang Goethe. Es zählt zu seinen berühmtesten Gedichten und erschien erstmals 1775 in der Damenzeitschrift Iris. Die zweite Fassung erschien 1789 als Willkommen und Abschied. In der Werkhausgabe 1810 erschien das Gedicht dann zum dritten Mal und erstmals unter dem Titel Willkommen und Abschied, unter dem es heute bekannt ist, Entstehung. Goethe schrieb das vierstrufige, durchgehend im Kreuzreim stehende Liebeslied in seiner Straßburger Zeit, wohl im Frühling 1771. Damals sehr hingerissen von der Sesenheimer Pfarrerstochter Friederike Brion. Ähnlich wie das kurz zuvor niedergeschriebene Meillied wird es noch der Sturm- und Drangzeit der deutschen Dichtung zugerechnet. Der Rauschewechsel der Gefühle und Eindrücke und der ekstatische Schluss können dies rechtfertigen. Inhalt Das Gedicht ist aus der Perspektive eines Jünglings geschrieben, der in der Vergangenheitsform von einem Treffen mit seiner Geliebten erzählt. In aufgewühlter Stimmung beschreibt das lyrische Ich zunächst die beängstigende nächtliche Landschaft, durch die es reitet. Darauf wird ekstatisch die Begegnung mit dem direkt angesprochenen Mädchen und schließlich in einem ständigen Wechsel von Freude und Schmerz der Abschied geschildert. Text Der von Goethe mehrfach überarbeitete Text lautete in der frühesten Form, bei der das Mädchen den Geliebten noch bis zu seinem Pferd begleitet. Vertonungen 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 als Kunstlied für Singstimmel und Klavier schufen unter anderem Johann Friedrich Reikert, Franz Schubert, Hans Pfitzner und Wilfried Zillig. Vertonungen 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 Vielen Dank.